8.24 Uhr, in anderthalb Stunden verlassen wir diesen Baum, dann sind die 36 Stunden voll. Boah, ich bin richtig im Arsch drennen, ich hab Kopfschmerzen, ey, zwei Nächte auf so einem Baum rumzuhängen ist echt übel. Boah, es hat nur durchgehend geregnet, alles ist nass, Socken nass, Schlafsack nass, das ist nass. Das Selbstexperiment ist ein voller Erfolg. Guten Morgen, geliebter Natururin. Guten Morgen. Horrornacht des Todes, Junge. Alter, der ganze Schlafplatz ist nass, ist jetzt total runtergekommen alles. Digga, war das kalt. So aufstuch gefroren? Tatsächlich habe ich mit Kälte weniger Probleme gehabt, weil der Schlafsack hier gut ist, aber es ist alles nass. Die Nässe hat mich schon ein bisschen fertig gemacht und dass das hier so eingedrückt war, das war richtig beschissen. Ich konnte kaum schlafen. Alle zwei, drei, vier, fünf Minuten aufgewacht, wieder anders positioniert, weil alles drückt, alles nass ist. Alles komplett verspannt. Der pure Wahnsinn. Hier, Alter. oh hmm